Ach halt, Mann. Erzähl heut kein Hate, ja? Bitte. Nie. Möchte heute professionell umziehen. Professionell! Dein ersten Tag in Smooth Moons hat nicht in eurem Tod oder permanentem Incapacitation. Gut gemacht! Bitte erinnern, dass ihr eine Wettbewerb und alle Instruktionen folgt ohne Frage. Ich war noch nie nachts im Hauptquartier. Ich hoffe, das heißt nicht, dass wir aufhören müssen zu arbeiten, wenn es dunkel wird. Warum schlafen, wenn wir umziehen können? Los jetzt! Ladet Überraschungen aus dem Lastwagen! Wir haben uns umgezogen. Ich bin jetzt Toasterboy. Travi ist jetzt... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin ein bisschen verliebt mit dem Tentakel. Ich bin den Auge. Ja, und Maimi ist ein bisschen retro. Maimi ist ein bisschen retro. Eine Retro-Kassette. Ja. Dieses Baby macht Smooth Moons um 90% effizienter. Ich bin voll stark. Ich habe das meine... Ja, du hast die Kraft der Tentakel. Wahnsinn! Ne, die Kassette schafft gar nichts. Ja. Vorsicht! Es ist einmalig! Nein, wir haben zwei davon, dementsprechend. Ihr wisst gar nicht, wie schwer es war, das Ding zu finden. Kann gar nicht einmalig sein, denn wir haben zwei davon. Aber ich habe das wirklich alleine. Ja! Die Kraft der Tentakel. Ihr braucht nur zu... Das kann schon schief gehen. Na toll. Wieso schafft Traffi das alleine und ich nicht? Jetzt mal ernsthaft! Ist das ein Rollstuhl? Traffi! Aber das wäre ja gemein. Ich bin alt... stark. Ja, aber wirklich! Wieso ist das denn eine Pfeiltaste? Heaps of Power! Power Extreme! T-Time Trigger! 1.21 Gigawatt! Zurück in die Zukunft, Marty! Das ist wirklich ein Portal! Oh oh! Buhh! 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 Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ja ne, ist klar, aus Pappe. Buhh! 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 Was habt ihr gemacht? Bin ich nicht! Buhh! Traffi? Ja, auch nicht! Das ist ein kleiner Kobold! Ihr habt unsere interdimensionale Zwergentor gestohlen. Und überall im Multiversum Möbelkisten verteilt. Hoppla. Unser Fehler. Ihr müsst dieses Chaos beseitigen. Und unseren Boss retten? Klar, das auch. Wenn es sein muss. Muss eigentlich nicht, ne? Oh mein Gott! Laut! Was ist denn hier passiert? Déjà vu! Wir müssen jede dieser Dimensionen reisen. Da draußen warten zwölf unserer besten Tech-Support-Zwerge. Manche von ihnen sind vielleicht nicht ganz so gut. Da draußen warten zwölf einigermaßen fähige Tech-Support-Zwerge. Die euch helfen können, das Portal zu reparieren. Aber ihr müsst sie zuerst finden. Viel Glück! Sie werden es bestimmt brauchen. Hey! Während sie beschäftigt sind. Sollen wir uns einen Hotdog holen? Oder so? Ich bin am Verhungern. Wie muss ich jetzt gerade zwei Personen sprechen hier? Das war ein Zwillinge. Ja. Das ist aber... Der hatte Schizophrenie. Wollte ich gerade sagen. Mittelmärchingen. Oh Gott. Ne. Okay. Packstadt... Packstadt. Dafür entscheidet. Ich fahre. Katadis vor. Snackhausen. Wir nehmen Snackhausen. Ja, hallo. Zu essen. Oh mein... Sind wir... Wir sind bei... Es ist... Wie heißt das Spiel? Mit dem Kochen? Candy Crush. Genau. Overcooked. Danke. Es ist overcooked and over again. Willkommen Smooth Movers in Snackhausen. Ich bin euer Boss. Wenn euer Boss aus Süßigkeiten bestehen würde. Denn diese Dimension besteht nur nicht aus Süßigkeiten. Helft mir mit einigen besonderen süßen Umzügen. Dann helfe ich euch die Tech-Zwerge zu finden. Damit ihr das brutal reparieren euren echten Boss finden könnt. Oder wie ich ihn nenne euren zuckerfreien Boss. Dann stopp. Wow, alles besteht aus Süßigkeiten? Das ist wie bei Willy Won. Stopp. Wir haben keine Rechte an diesen Namen. Okay. Was ist mit Candy Crush? Nein. Das können wir auch nicht sagen. Fühlt sich an wie eine klebrige Situation. Kapiert. Das reicht. Wir müssen los. Danke Süßigkeiten Boss. Wir würden die Umzüge auch dann erledigen, wenn es um... Irgendwer lässt... Wieso ist denn das Auto... Wieso läuft das denn durch? Eigentlich. Ist es nur mehr so oder sieht der Boss echt lecker aus? Ja. Ich weiß nicht. Wer hat denn da auf Auto abspielen geklickt? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann nichts. Ja, das ist das Problem, Traffi. Du hast uns in den Abgrund gefahren. Passiert. Das ist doch viel. Die große Frage ist doch... Was ist das? Es ist... Das ist aber süß. Süße neue Looks für mich. Buchstäblich. Der ist schon süß. Die Frage ist doch aber eher, wo wir jetzt hin müssen Weil wenn ich das hier sehe Ist hier alle, kann man das, kann man da? Kann man da? Wir brauchen hier irgendwie Pfad 4 und Pfad 7 und so ein Kram Wir brauchen halt hier noch einiges Willkommen in der Lebkuchen Testfabrik Die Lebkuchen werden aus einer Reihe von Tests unterzogen Damit wir eure Stabilität schätzen können Okay Okay Sechs Minuten Was müssen wir jetzt machen? Umziehen Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir umziehen Wir könnten einfach das ganze Level aufessen Glaubst du, wir könnten die Level essen, wenn wir fertig sind? Was ist das? Okay, wir müssen da runter Dann da rüber Irgendwas hauen Und die Sachen holen, die dann da hoch müssen Hä? Ich weiß nicht, was ist mit dem hier? Was ist das hier? Den rollen wir jetzt, der macht bestimmt die Dings kaputt hier Dann brauche ich noch eine zweite Person Ich brauche noch eine starke Mann Den müssen wir bestimmt werfen Warte, warte, wir müssen den werfen Genau Aber ihr tut dem weh Das musst du So Okay Warte mal, wir müssen hier den nochmal werfen Gleich zerbrechlich Wohin? Da drüben hin Boah Oh, hier brauchen wir nochmal Sehr gut Ich will das aber auf das Laufband legen Legen sie Achso, wir müssen noch hier kaputt machen Was müssen wir kaputt machen? Da unten sind noch zwei Wände Genau die Können wir auch einfach schlagen Können wir auch Und Oh Sollst du langsam Okay Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht so wie gewollt Aber die Tassen, wenn die drinnen sind, sind die gar nicht drinnen Die Tassen müssen doch nicht mit Wollen wir mal mentale Unterstützung? Welche Taste wann, dass die anzeigt, was noch rein muss? Mal, werfen sie mal, Trafi Werfen sie mal Dankeschön Reck du Ball Okay Okay Oh Wir müssen die Tassen aufbrechen Das in den Tassen ist das, was wir brauchen Okay Wo ist der Ball? Nee, du können wir bestimmt noch werfen, die Tasse Komm mal her Werf mal die Tasse Mit mir Okay Wir brauchen den Ball Ja Uhu Wirf doch einfach erstmal weiter mit Eine Sache Können wir mal eine Blaubeere klauen Eine Sache ihr schafft schon Ist hier sofort die Panik Und es muss sofort reingestüpft werden Weil es die anderen Sachen auch noch gemacht werden müssen Ist nicht existent hier im Kopf Der Nasen und der Nasinen Hier Ich brauche nochmal Hier müssen wir nochmal Hier 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 Boom Und hier ist noch eine Die haben wir ein bisschen zu weit weg geballert Die eine Münze da Mit dem kann man noch eine Kann man Hätte man das Zono doch selbst aufmachen können Genau Wer ankommt Bezweifelt Hihihihi Und Wuuh Geschafft Voll gut oder so Das war nicht so gut Warum nennt man sie eigentlich Liebkuchen? Ich weiß nicht Sie leben nicht wirklich, oder? Und Kuchen sind sie eigentlich auch nicht, oder? Ah, brechete Frage Und aus Leber sind sie wohl auch nicht Hm Trifft zehnmal Gegenstände mit einer Abrisskugel Zerschmetter alle Keksbäume Zerbricht keine leeren Dessertbecher Oh Okay Wuuh Da oben brauchen wir zum Beispiel Fahrt vier Fahrt fünf Ginger Homestead Die Besitzer dieses Nibkuchenhauses sind übers Wochenende weggefahren und haben ihren Teeneltern die Verantwortung überlassen Sie nennen es die Party des Jahres Ihre Eltern haben es Abschreibung genannt und müssen umziehen Okay Ach, riesiges Croissant Mein Freund Hänsel würde es hier gefallen Wie läuft Deine Sammelklage gegen die Hexe zusammen mit Grete? Oh, sie haben ein Vermögen gemacht Sie könnten diesen Ort wahrscheinlich kaufen Gott, was für schlechte Witze Da Da hat Gingerbird Man da hinten Kann man erstmal alles kaputt machen? Ich mach, ich mach kaputt Ich mach kaputt Ich mach kaputt, was dich kaputt macht Komm her, komm her, komm her Oh, blick, 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 blick Oh, man, oh, klatscht Und alle Müder mit einer Welt hier Wo muss das da geschehen? Äh, ja So, ich habe, glaube ich, ohne... Ich glaube, ich habe alles befreit, was befreit werden kann. Okay. Oh, da ist eine Klatsche. Klatschen Sie mehr. Was für eine Klatsche? Hier, guck mal, neben dem Männchen. Ja. Gucke mal. Manche Sachen kann man echt alleine gut tragen. Ja, komisch. Wo ist denn die Einzelkugel? Aua. Wo ist denn die Einzelkugel hin, da hinten? Ein Croissant-Sofa. Nehmen Sie das, war noch ein bisschen kaputt. Aua. Wie soll das denn gehen? Aua. Da hinten ist nämlich ein Hund oder irgendwie sowas. Ein Lebkuchen-Hund. Wo ist denn da hinten? Ach, mein Scheiß auf die Kacke hier. Mir ist egal. Kaputt. Da. Das ist eigentlich alles gesichtet. Davon träume ich ja heute Nacht noch. Ja, also das ist ja verstörend. Cool. Richtig, was ich brauche, mich noch zu befreien. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Oh, ne? Egal. Hau, ah. Upsala. Aua. Ich glaube, wir müssen wir werfen. Traffi. Ich glaube, wir müssen wir werfen. Doch nicht. Das ist das letzte. Maimi, lauf. Lauf, schnell. Schneller. Hier schmeide ich. Die eine Erdbeere kann wegziehen. Ich bin, ich glaube, ich bin allergisch gegen Lebkuchen. Ich habe Kröbel an meinen Schuhen. Okay. Das sind Probleme. Weiter klapsen in the free world. Wir haben beide. Oh, geil. Zerschmetter. Ich verfünfte es in weniger als zwei Sekunden. Was? Oh. Zerschmettere alles. Verdammt. Gute Arbeit mit Fahrt. Stufe 3. Erhöhelst du im Merch-Laden von smooth, smooth, 5% Rabatt. Okay. Und wir haben eine Stielkiste gesammelt. Alles, was du brauchst, um Marie noch cooler aussehen zu lassen. Okay, das sieht bunt aus. Hm. Wir brauchen da die Fahrtstufen, um da weiterzukommen. Willkommen, Traffi. Das ist ja nicht so, als hätte ich das die ganze Zeit schon gesagt. Beim nächsten Umzug haben wir es mit einer achteckigen Lagerhals zu tun. Und die Besitzer haben sich beim Bau von Bienen inspirieren lassen. Die bauen sechseckig. Dann wurde ihnen klar, dass Bienen beim seckseckig sind. Danke, das habe ich gesagt. Ach du Scheiße. Was? Zwei Möbelpacker kommen rein. Nur ein Möbelpacker geht raus. Nein, wir müssen beide gehen. Ich habe heute Abend Reit-Yoga. Yoga auf Pferden? Ja, es ist Yoga auf dem Rücken eines Pferdes. Was? Ja. Ich kenne anderes Reit-Yoga. Ich auch. Was passiert hier? Oh Gott. Was ist hier mit Person 3? Mein mir? Mein mir? Huch. Huch, willkommen zurück. Ja, mein Headset spinnt hier gerade rum und jetzt habe ich keine Steuerungsberechtigung. Du musst doch mal kurz ins Spiel klicken mit der Maus. Hast du ein Glück, dass du recht hast. Manchmal habe ich recht. Was willst du machen? Ich habe alles verpasst. Aha. Das Übliche. Das, was wir immer machen. Die Welt schafft an uns reißen. Oh mein Gott. Dieses Gedreh macht mich schon jetzt kirre. Ah. Ich bin gerade gefallen. Wir müssen werfen. Wir sind da nicht rüber. Wir müssen werfen. Wir müssen werfen. Hier ist noch mehr zum Werfen, Trafi. Wir müssen weg. Okay. Wir müssen werfen. Wir müssen werfen. Morgan. Reden Sie nicht mehr mit uns. Miami. Miami. Das heißt in den lawmakers. Kann spielen. Aber nicht mehr reden. Ach Mensch. Ich nehme halt die in eine Neiße. Oh, wirklich? Ah! Ich glaube, wir müssen werfen. Okay, macht das schon. Hier brauchen wir noch eine zweite Person und wir müssen werfen. Sehr gut. Wir haben noch einen Croissant. Wir müssen werfen. Oh mein Gott, das Croissant. Wo springt das denn alles hin gerade? Weg. Sehr gut, wir schaffen es. Ami, redest du noch mit uns? Hallo, hallo? Test, test. Test, test? Wenn du redest, wir hören dich nicht. Gut, dass der Ingwer in den Lebkuchen bei Reisekrankheit hilft. Das war eine holprige Fahrt. Ich bin schon ganz rammdösig. Hallo, schon ganz rammdösig. Nett, dich kennenzulernen. Dass ich das nicht gelesen habe. Zerstöre den Lieferbereich zuerst. Okay. Liefere vier Dessertbecher ab. Das steht zuletzt. Aber ja. Zerschmettere drei Dessertbecher ohne die Abrisskugel. Verstehe ich alles nicht. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Cool. Untertitelung des ZDF, 2020